Getting lost is part of the journey. Dieses Buch wird die Geschichte meines gesamten Lebens sein. Martin, Alice. Vor ein paar Wochen habe ich mir eine Rolle von Cashierpapier gekauft. Drei Bahnen Papier. Ich habe drei Bahnen Papier für jedes Drehbuch, in dem ich gerade arbeite. Zwarf Bahnen insgesamt. Eines habe ich schon neunmal umgeschrieben und bin immer noch nicht damit zufrieden. Ich bin mir nicht sicher. Ein anderes ist ein vorläufiges Entwurf. Das dritte ist eine Katastrophe. In dieses Projekt habe ich mich mit meinem Co-Autor verkrackt. Verkrackt! Ich würde mich in Schreiben verlieren. Denn sich zu verlieren ist Teil der Reise. Getting lost is part of the journey. Getting lost is part of the journey.